Trailer, Dawn Trail. Ich bin gespannt. Let's go. Genießen wir's. Startle. Es geht schon gut los. Die Leertaste möchte nicht. 16. 16. So. Unsere Wünsche und Ziele mögen unterschiedlich. Let's go. Aber zumindest steht diesmal nicht das Schicksal der Welt auf dem Spiel. Endlich mal wieder ein Abenteuer, das wir ganz entspannt genießen können. Das Wasser sieht schon abartig besser aus, ne? Da bilde ich mir das heute. Auch so der nasse Weg, das sieht richtig gut aus. Mein liebes Alterchen. Irgendwie mag ich die. Die ist so ein bisschen durchgeknallt von ihrer Art her. Ah, Ehren will ist der Erzähler. Gott, sieht das gut aus, ey. Holy Moly. Warum sieht das Essen in Animes und Games immer so gut aus? Weltenretter, hört ihr den Ruf eines neuen Abenteuers? Je. Oh Gott, sieht das gut aus. Oh, Big Boy Kaktus. Scheiße. Wagt euch auf eine Reise. Machen wir. Wir vier habt das Recht, euch dem Ritus der Thronfolge zu stellen. Habt ihr die Krallen gesehen von ihm? Die waren voll am Glänzen. Die waren voll am Glänzen. An deren Ende die Königskorn. Wir sind ein Zwillingskopf. Wir sind geweiht. Die Stimmen sind gut betroffen, finde ich, in Deutsch. Oh, Jesus Christ. Ein Ritus und Band dazu. Knüpft, glaube ich. Das sind die Steine des Fundamentes, auf dem unser Land errichtet ist. Das ist doch der Ding. Der Vogel. Was Tuliola in die Zukunft führen wird, sind nicht die Traditionen von gestern, sondern die Forschung von morgen. Ich habe das Gefühl, das sieht aber noch besser aus, wenn du das bei dir effektiv auf dem Rechner selber spielst. Und über allem tonnt die Stadt aus Gold. Oh. Das sieht ein bisschen allergischer aus. Und man weder Sorge, noch Schmerz, noch Streit kenne. Kartoffeln. Traurige Kartoffeln. Die Stadt aus Gold. Endlich habe ich sie gefunden. Und die Musik dreht wieder aus. Oha, Jesus Christ. Das sieht einfach so geil aus. Das ist einfach... Ich kriege voll die Cyberpunk-Vibes. Komplett. Viperlimit. Jesus. Was ist das? Squid Game oder was? Krieger des Lichts. Wer wandert? Seid ihr bereit, dem Ruf zu folgen? Absolut. In zwei Wochen. Am besten jetzt, morgen. Sofort. Schlüssel? Das Siegel ist wahrhaftig gebrochen. Okay. Doch was genau ist bloß dieses mysteriöse Artefakt? Ich werde den Ritur gewinnen, um den Frieden in diesem Land zu schützen. Ich hatte das Gefühl, bei manchen Szenen kam das Grafik-Update nicht so durch. Aber das kann jetzt auch am Trailer wegen der Bitrate und so liegen. Aber... Nun wird sich mein Plan endlich verwirklichen. Mein Plan. Denn ich... Halte den Schlüssel in den Händen. Ihr Plan? Wer ist das? Nice Shot. Nicht mehr ganz so krass wie bei Endwalker auf dem Mond, aber nice. Ja. Ich sag ja, das muss jetzt kommen. Jetzt sofort. Am besten sofort morgen. Aber wir müssen noch zwei Wochen warten. Aber ich bin... Es sieht einfach alles so geil aus, ne? Das muss man halt echt sagen. Es sieht alles richtig geil aus. Das muss man halt echt gut sein.